Hi Leute, ich habe gerade ein Portal geöffnet. Ich habe sie wieder aufgenommen. Willkommen in der nächsten Episode. Okay, äh, nicht runterfallen. Du hast Unlimited Boots. Ähm. Oh. Also wir müssen es schaffen am Ende? Okay. Ich habe es auch nicht schaffen. Ich kann es nicht schaffen. Ich kann es nicht schaffen. Ich kann es nicht schaffen. Also er ist nicht die Daubertur. Ich sehe es nicht so, warum ich es nicht so. Ich kenne Dich noch an. Euer Kollege. Ich kenne Dich. Ich kenne mich. Ich kenne Dich. 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 und Das ist es kalt. Was ist das? Oh, nein! Weiß hat geschafft, ohne runterzufallen. Tja. Neuer Charakter, mal gucken. Zeig da her. Ich bin jetzt mal Nita. Stimmst du? Nein, Amse, ich denk nicht. Nein. Kau für den Sauberstab. Hallo, alles Subscriber zu Exit. Nein, Amse, du machst keine Werbung auf meinem Kanal. Du bist doch eh zum Falling. Bitte alle Subscriber zu Cheesy Fox und du nach For Life. Ja, hallo, da kommt nicht mehr auf Cheesy Fox drauf. Weiß Kontakt. Cheesy Waffe Gaming. Ja, Subscriber zu Cheesy Fox und zu Exit. Du musst RF Gaming anders sagen. Was für Gaming? RF Gaming. Ja. Ja, RF Gaming. Ja, RF Gaming. Ja, also abonniert auch noch RF Gaming, meinen Euter Account, diesen Kanal und Live-Sachs-Videos. Ich hab alles verlinkt, alles verlinkt. Ja, passt alles. Ja, ich hab mehrere Grün-Kanäle. Aber man sie findet, man sie findet, man sie findet, man sie zu lernen. Ja, ich nehm grad ein Video auf. Also wenn du nicht so über sein willst, dann redet er nicht. Ähm... Der ist cooler Charakter zu sein, auf jeden Fall. Ich find ein paar fliegende Gegner. Erste Les. Und dann, ähm, zeig ich euch, was ich benutze. Weil da oben seht man die Portalfähigkeit. Ich kann öffnen. Ich kann öffnen. Und ich soll sie gleich aktivieren. Und dann sehen wir, wie ich es lande. In welcher andere Welt. Wow. Mein neuer Multiplikator. Zwei fliegende Gegner. Neun CD's. Sehr viel Warme noch. Von diesen Spielen. Idle Slayer Video. Was ist Idle Slayer? Kennst du nicht? Kann ich nicht. Elf, äh, Slayer Points. Wenn es jetzt, ähm... Essenzen muss. Neu auf das Demo. Keine Ahnung. Ich bin gleich bei 20 Bionen. Dann kommt eine Banane Freizeiten. Was wir auch im echt Leben haben. So eine Fake Banane. Die so... Stress treu ist. So, jetzt kauf ich Banane. Aber... Einfach um eine Banane hier so soft ist. Das hat nichts zu tun mit der Spiel. Aber... Ja... Das ist... Das ist so fällig. 3 Slimes. Nein. Nein. Wir brauchen Slimes. Keine Wärme. Nein. Wir brauchen Slimes. Keine Wärme. Weine Box. Witzes bauen. Geht nicht. Das ist so fällig. Nur. Das geht jetzt ein paar Sekunden. Na, muss auch. Das ist so fällig. Ne. Wir können auch ein paar Gegner. Ja. Was? Kann die Wärme nicht zusammen sein. Das geht leider nicht bei mir. Oh. 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 Jetzt ist das nicht mehr. Oh. 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 Spiratags. Problemen. Endgame. Witzes gibt's. wird's ge Scheidern. Da fehlt 1. und 6us. Nein. Witzes sind das zu Clement. Wir haben weil man noch etwas alimentos. ich habe zwei verpasst nein, die sind wieder bei mir ich brauche Slime und Fledern tschüss ja ich warte ja, eine Zweigung, aber jetzt muss man aufpassen da haben wir den letzten Slime ok, wir öffnen jetzt die Portal mal 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 gucken wo es hinführt Sungel ich muss einfach mal Häuser lieben ich kann mir noch alles machen ja, es ist eine Map für jeden Fall wo Bienen jetzt diesmal wieder kommen und dann muss ich mal das Video beenden da es sei auch nicht so lange sein wollte boah, ich hab voll wenig Speicherplatz so, bye bis in nächstes Video abonniert mein Kanal erfgaming und liked auch noch auf